Sophia Tomala – Gefahr für Apollo? Sophia Tomala – Gefahr für Apollo? Sie lernt Gavins Kinder kennen. Auf den tätowierten Armen von Sophia Tomala, 28, fühlt sich Apollo, 3, der jüngste Sohn von Busfrontmann Gawin Rostale, 52, wohl. Und auch Sophia selbst geht in der Rolle der Teilzeit-Mama auf, entspannt schlendert sie mit Rostales Söhnen Apollo, Kingston, Elf und Zuma, 9, durch Los Angeles. Seit Mai ist die Moderatorin mit Wünschte Fahne Sexmann leiert und die Gefühle füreinander scheinen tief, seine Jungs, das hatte Gawin im Sommer gesagt, sollten Sophia erst kennenlernen, wenn es zwischen den beiden wirklich ernst wird. Dieser Zeitpunkt ist nach Monaten der Fernbeziehung zwischen Berlin und Los Angeles nun erreicht. Untertitelung des ZDF, 2020